Jau Leute, Double Piece, hier ist wieder Tanzebrot und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich befinde mich hier gerade in einem Hotelzimmer, denn heute beginnt tatsächlich die Reise nach Madeira. Ich bin schon nicht aufgeregt, ich freue mich sehr, endlich mal aus meinem Alltagstraut rauszukommen. Aber darum soll es in dem heutigen Video auch nicht gehen. Und zwar hat der, also heute geht es tatsächlich um ein wichtigeres Thema, das kommt ja relativ selten vor bei mir auf dem Kanal, aber muss auch einfach mal sein. Und zwar hat der liebe Sascha Huber mich auf Instagram angeschrieben und hat mich in der Nachricht darum gebeten, dass ich mich mal mit einer Situation auseinandersetzen soll, die er, also mit einer Aktion auseinandersetzen soll, die er ins Leben gerufen hat. Und zwar haben das einige von euch bestimmt schon mitbekommen, es geht um die 1-Million-Liegestütze-Challenge. Ja, ich habe das nur am Rande mitbekommen, so dieses ganze Zeug, dass auf einmal ganz viele YouTuber das hochladen und ich muss sagen, dass ich eher abgeschreckt war dem gegenüber, weil ich dachte, das ist jetzt einfach wieder so ein Clickbait-Hype, so wie damals Baden-In hier, Baden-In 100 Kilogramm Chicken Wings oder sowas. Und deswegen muss ich sagen, dass ich oberflächlich gesehen von dem Titel, und ich habe mich mit dem Content nicht auseinandergesetzt, schon eher abgeschreckt gewesen war. Dann hat er mir halt einen Text geschrieben, hat mir ein, zwei Sprachnachrichten gemacht oder drei oder vier, da hast du ganz kurz gefasst, und hat mir dann darin erläutert, dass hinter dem Projekt tatsächlich etwas steckt, was viel krasser ist als das, was man von Anfang an erwartet. Und zwar hat er gemeinsam mit UNICEF ein Projekt ins Leben gerufen, wo tatsächlich Spenden für Kinder auf aller Welt gesammelt werden, und da habe ich mir einfach gedacht, ich muss sagen, dass ich generell eigentlich gegen Spenden eher abgeneigt bin. Nicht deswegen, weil ich nicht spenden möchte, sondern weil ich einfach schon sehr viel Negatives gehört habe darüber. Man kennt das ja aus dem Fernsehen, die spielen irgendwelche zwei, drei traurigen Frequenzen ein, und dann hier spendet fünf Euro mit der SMS an, blablabla, und man hat halt schon gehört, dass dann viel gar nicht da ankommt, wo es eigentlich ankommen sollte, wofür man eigentlich gespendet hat. Das allerdings steht so in der Öffentlichkeit, dass ich nicht denke, dass da irgendwas dergleichen passiert, und da hängen auch Leute hinter, die wirklich auf mich einen sehr guten Eindruck machen, und deswegen kann ich da auch hinter dem Projekt menschlich stecken. Und zwar folgendes, eine Million Liegestütze-Challenge. Nicht jeder soll eine Million Liegestütze machen, sondern jeder soll so viele Liegestütze machen, wie er schafft, und jeder einzelne Liegestütz ist ein Euro. Ich habe auch einen Link unten in der Beschreibung, dort könnt ihr angucken, wie weit das Spendenziel schon ist. Könnt selbst, je nachdem, wenn ich nicht viele Liegestütze schaffe, ich werde nicht viele Liegestütze schaffen, weil ich einfach ein unsportliches Stück-Bieb bin, und deswegen einfach unten in den Link reinklicken, da seht ihr dann die Seite, da seht ihr dann auch nochmal, was damit gemeint ist, wo das hingeht, an wen das gespendet wird, und unten könnt ihr dann auch gerne nochmal einen kleinen Betrag spenden. Also ich finde es gut, ganz ehrlich, könnt ihr ja einmal hier 1, 2, 3, 4 Euro auslassen bei euren Lieblings-Streamern oder sowas, und könnt ihr das Geld wirklich an Menschen spenden, die das wirklich brauchen. Und nicht hier auf Twitch, hier 200 Leute es haben. Wisst ihr, was ich meine? Ich rede gerade gegen mein eigenes Milieu, und deswegen werden mich wahrscheinlich Leute auch hassen, aber es ist ja im Endeffekt so. Die meisten Streamer leben gut, und die, an die man spendet bei UNICEF, die leben halt nicht gut, und die haben tatsächlich noch ein Leben vor sich. Und deswegen habe ich mich jetzt einfach dazu entschlossen, da auch mitzumachen. Ich finde das gut. Das ist ganz einfach. Ich mache jetzt einfach so viele Liegestütze, wie ich es schaffe, auf einen Einzug, und das wird als Centbetrag gut geschrieben. Das ist jetzt zum Beispiel auch nochmal was gut, was ich an der Aktion gut finde, ist, man muss nicht wirklich sein eigenes Geld eventuell investieren, wenn man kein Geld hat, sondern man kann einfach mit reiner Muskelkraft, und das ist auch scheißegal, ob wenn du ein Abonnent hast, ist es egal. Du lädst ein Video hoch und musst ein Hashtag machen, die 1-Million-Liegestütze-Challenge, damit das Team von Sascha Huber das Video findet. Die zählen das nämlich. Also die gehen die Social Media, die gehen alle Social-Media-Profile durch, und zählen dann dort die Liegestütze, die mit dieser Challenge gemacht werden, und jeder Liegestütze ist 1 Cent. Und das finde ich gut. Und wenn wir das alle gemeinsam machen, dann kommt dabei unglaublich viel Geld zusammen. Und ohne dass irgendjemand selbst Geld investieren muss, ich finde, das ist eine gute Sache. Natürlich wäre es schön, wenn man dann auch nochmal einen kleinen Betrag spendet, weil wenn jetzt jemand 10 Euro spendet, ich schaffe keine 1.000 Liegestütze. Das sind doch, weil 1 Cent sind doch. Ach, ihr wisst schon. Ich werde jetzt in einem Zug so viele Liegestütze machen, wie ich schaffe. Ich habe mich ein bisschen warm gemacht, also ich habe so müchtegernmäßig so ein bisschen rumgehampelt, weil ich dachte, dass das vielleicht ein bisschen was bringt, und ich werde jetzt einfach mal anfangen, ich werde so viele Liegestütze machen, wie ich schaffe, und das wird als Centbetrag denn gut geschrieben. Alter, ich habe gerade wirklich Angst. Eins, zwei, drei, oh Gott, vier, scheiße, fünf, sechs, oh Gott, ich bin, sieben, komm, zehn, 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 acht, ey Leute, ihr glaubt nicht, wie unglaublich anstrengend das ist. Neun, komm, 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 zehn, Alter, ich bin, ich habe, ich habe keine Kondition, wie kann man denn mit 22 so rumhängen, weil man zehn Liegestütze gemacht hat. Alter, mir ist gerade richtig windig. Alter, ich habe kein, was ist das denn? Ich habe kein Gefühl mehr in den Armen. Na gut, jetzt habe ich meinen Teil dazu beigetragen, zehn Cent, aber ich denke, dass der viel größere, Entschuldigung, dass ich jetzt so heche, ich bin ein absolut untrainierter Mensch. Ich kann gar nicht mehr, guckt euch das an, das ist nichts. Leider ist rechts auch noch ein bisschen mehr als links, das ist merkwürdig, ich kann das gar nicht erklären. Viel wichtiger ist einfach, dass ich auf dieses Thema aufmerksam mache. Ich finde das gut. Kinder sind unsere Zukunft. An Kinder würde ich spenden, an Tiere würde ich spenden. Die haben keiner Weile was getan und Kinder haben auf jeden Fall noch eine Zukunft vor sich. Und deswegen unterstütze ich dieses Projekt einfach, weil die können halt nichts für die Umstände, in denen sie vielleicht reingeboren wurden. Und UNICEF hilft da auf jeden Fall raus. Ich muss jetzt noch drei Leute nominieren, die diese Videoserie fortführen. Und ich will einmal Excel sehen. Ich weiß, du hast mir privat schon oft gesagt, dass du keine Liegestütze schaffst. Ich will trotzdem sehen, dass du dich motivierst und das machst und das auf deinem Kanal hochlädst. Dann würde ich einmal den Herrn Newstime sehen. Von dir will ich das auch sehen, weil ich glaube, da steckt mehr hinter, als du versuchst, nach außen hinaus zu streiten. Und als dritten, um Excel und mich zu kompensieren, würde ich mir gerne noch den Reload-Jag auswählen. Weil das ist ein super sportlicher Typ und ich denke, dass der auf jeden Fall einige Liegestütze machen würde oder schafft. Ich bedanke mich. Unten in der Beschreibung ist nochmal der Link für UNICEF. Wenn ihr da ein, zwei Euro spenden würdet, wäre es cool. Wenn nicht, dann habe ich trotzdem 10 Cent dazu beigetragen. Und das tut alles weh. Ich glaube, ich kriege Muskelkater. Das ist einfach ein trauriges Leben. Aber ich habe es für einen guten Zweck getan. Alles klar. Dankeschön, dass ihr euch das Thema angehört habt. Und einen schönen Tag wünsche ich euch noch. Haut rein. Geigen. putt im